Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Halbseidene Klöße. Halbseidene Klöße sind ein typisches Gericht in Thüringen, Sachsen und Franken. Hier die fränkische Variante. Für sechs Personen werden folgende Zutaten benötigt. 800 Gramm Kartoffeln, zum Beispiel. Sieglinde, Bamberger Hörnler, Nikola oder Prinzess, siehe Zutat, Liste von Kartoffelsorten. 750 Gramm rohe mehlig kochende Kartoffeln, zum Beispiel. Bintier, Adreta, Afra oder Licaria. Zwei Scheiben Toastbrot und zwei Esslöffel Butter. 250 Milliliter Vollmilch. Salz. Folgende Utensilien werden benötigt. Zwei Töpfe, Schüssel, Kartoffelpresse, feine Reibe, Sparschäler, Milchtopf. Zubereitung Die Pellkartoffeln am Vortage zubereiten. Am folgenden Tag die Milch leicht erhitzen. Croutons, Frank, Klösbrögerla nach Anleitung herstellen. Einen Topf mit Wasser zum Kochen bringen und dann salzen. Die Pellkartoffeln pellen und durch die Kartoffelpresse drücken. Die restlichen Kartoffeln schälen, fein reiben und gut ausdrücken. Beide Kartoffelzubereitungen mit der Milch verrühren. Die Knödelmasse mit Salz abschmecken. Mit nassen Händen Knödel formen und die Mitte jedes Kloßes einige Brotwürfel geben. Die Knödel in kochendes Wasser geben, mit der Temperatur zurückgehen und die Knödel etwa 20 Minuten ziehen lassen. Sie sind gar, wenn sie an der Wasseroberfläche schwimmen. Knödel zu Krustenbraten Diese Varianten gibt es Weitere große Knödel und Klöße Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!